Naja, was man so hat, Dr. Kleist. Ich fühl mich schlapp, bin müde, hab immer wieder Kreislaufprobleme. Im Grunde geht's mir seit fünf Jahren nicht richtig gut, aber eben auch nicht richtig schlecht. Nur so schlimm wie gestern Abend war es noch nie. Und dann hab ich auch noch diese Riesensumme Geld gewonnen. Gratulation. Das hat sich bestimmt umgehauen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich so richtig darüber freuen kann. Nicht mal Clemens hab ich davon erzählt. Unsere Beziehung ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Das tut mir leid. Frau Schäfer, Sie haben gesagt, seit fünf Jahren ist es anders. Wie war es denn vorher? Clemens sagt immer, ich war so fröhlich und hatte an allem Spaß. Clemens meinte, ich wäre depressiv. Also das mit der Depression, das werden wir auf jeden Fall überprüfen. Allein schon, dass ich es aus ihrem Kopf rausbekomme. Aber mir fällt da was anderes auf. Wie ist denn das mit den Augenbrauen? Ja, die sind ganz schön licht geworden. Aber ich weiß nicht mehr, wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist. Nehmen Sie vielleicht starke Medikamente? Beta-Blocker beispielsweise könnten solche Nebenwirkungen haben. Nein. Okay. Dann guck ich mir das mal genauer an. Ich frage nicht mehr an den Augenbrauen. Wie sind denn noch Lebensいつ könne?